oh mein gott nein das dreht sich auch ich bemerke es jetzt ich kann nicht sprinten ok das war jetzt respektlos tut mir leid tut mir leid dass diese person ist das cry child und das ist michael afton das ist seine compadre also seine freunde ich kenne das sie wollten möchten das cry child ins im mund vom fredbeer rein tun und dabei stirbt das cry child bedauerlich weil fredbeer sein schädel zerbissen hat es zerbraucht und wer bist du eigentlich denk nicht ich hab dich nicht gesehen aber was hat alles mit uns zu tun wir können auch nicht ducken wir können aber auch nicht zurück was wir hier sehen ist einmalig jetzt jetzt sagt er lass uns in der rei tun die alle so was wieso wieso und fredbeer wartet schon gespannt aber die musik passt sich hier an also pink blau und hier das bewegt sich gleich wird es gelb und danach pink das ist das ist echt cool das ist echt cool und da wehrt er sich noch er wehrt sich er versucht sich noch zu werden ich wollte gerade sagen wo spring bonnie er versucht sich noch weg zu reißen er hat eben angst vor den animatronics und sein bruder lässt es zu und seine ganzen freunde alter schwede wie sie 0 wie sie dabei nur lachen alter ich glaube wenn ich eine tür weiter gehe kommt etwas richtig schlimmes hashtag blutwarnung dich habe ich auch beim ersten level gesehen ich habe ich beim ersten level gesehen vielleicht finde ich noch die zähne wo ich gesagt habe das ist ein wurm oder so weiß ich nicht mehr also der wurm von nimmerwatt begleitet uns sogar hierhin vielleicht finde ich es noch dann blende ich ein oder habe jetzt schon eingeblendet das meine ich das ist das cried child zerbissen das ist ein bisschen buggy aber nicht schlimm von fred der spring brownie hat augen seine augen sind schwarz und erfahrt und der vater william afton weint darüber natürlich denn sein jüngster sohn ist tot warum ist die musik aus hallo hallo kann ich hier weiter ja ich kann hier weiter aber ich will mich erst mal umschauen bist du denn sie ist wie fred der aus nur in schlecht und plüchen mäßig fred der sind wir das sind wir michael afton wurden wir zu animatronic und haben den platz von das cried child eingenommen oh mein gott scott 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 hat dabei gemacht ah nee nee doch hä verstehe ich nicht toys animatronics alter schwede ich verstehe ich verstehe die geschichte dahinter noch nicht ganz ich verstehe es nicht ganz also wir sind jetzt tot wir konnten aber auch noch die tür weiter wir konnten die tür noch weiter aber erstmal mein feedback das ist echt ein geiles spiel free room 10 von 10 geschichte ich würde mehr informationen reintun als am anfang eine 6 von 10 gameplay mäßig 10 von 10 oder ne geschichte würde ich doch noch auf eine 7 von 10 raufkriegen 1 punkt mehr denn am ende hat man noch mehr geschichte gesehen also weil es doch war jetzt geschichte aber leon risken hat ja sehr viel gemacht aber ich weiß nicht wie man das so ein wunderschönes spiel einfach einfach so wegwerfen kann also jetzt nicht wegwerfen kann sondern so traurig machen kann das gameplay war so schön war echt spaßig und dann macht man alles schön äh traurig schade dass es nicht die glitch attraction 2 gibt ich würde es mir direkt ähm installieren und spielen ah sie haben auch die ähm die 3d animation von blender genutzt ist anscheinend sehr gut weiß ich nicht ich warte noch kurz vielleicht passiert ja noch am ende was dankeschön fürs spielen sie bedanken sich sogar noch ich glaube das ist bei vielen spielen so aber bei denen kommt das so rüber als wärs persönliches als würden sie sich richtig freuen dass wir spielen oder gespielt haben kommt noch was doch es kommt noch was neun äh 19 uhr 14 abends 7 äh 7 äh 7 5 dude just left the new pizzeria attraction my friend take all your stuff and come here you have to see this scheiße dreck nein wir holen uns ein nix äh nicht wir und der andere holt sich was alter nein oder wir können ja auch noch hier ähm hier und die hintergründe ändern ähm ändern alter schwede es gibt noch extras alter schwede als wenn wenn die hat einfach hier ähm noch einen anderen geholt ich weiß nicht was ähm burntraps mission hier in diesem spiel ist aber egal alberto pm one of the best experience of my life ähm eins der besten erfahrungen in mein leben i very happy to have finished the biggest and most game i have done today dass er glück er so glücklich dass er dieses game fertig hat ein blablabla community support amazing videos you guys make äh da er redet über er redet über uns er redet über mich weil ich hier videos grad mache ähm so ich bin wirklich gerührt ähm für unsere ganze community für den ganzen support und die guten videos ähm die ihr leute macht er redet natürlich über uns youtuber mhm it is something that i cannot describe thank you so much dankeschön vielen dank ich bedanke mich sehr modern das ist mehr als eine erfahrung im beginn war war das game ein anderes game but it's turned into something that i didn't even know ich hätte gedacht dass das spiel nicht das erreicht was es heute ist also in sowas schönes but es ist passiert getting it ok i will ok er jackson ah hier sind die credits thank you for trusting me in the project das sind die nee das sind nicht die ersteller das sind die supporter thank you ja und hier gibt's noch einen raum balloon boy man kann sogar rumgehen und sich das anschauen krass wow gibt's ja auch netbe ja music man und was ist das oh nein 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 wir können sogar das licht ausmachen warte so ein kleiner furz moin moin ah ok und das sind jetzt alle die ähm die im game sind oder fehlt jemand weiß nicht glaube nicht also danke fürs zuschauen leute das waren die extras würde ich jetzt sagen ähm ich geh jetzt kurz zum hauptmenü ich möchte nur noch eine sache ausprobieren man kann hier ein replay level machen und dann das mach ich jetzt kurz also wir sehen uns wenn ich ähm wieder bei diesem ähm Fredbear bin ähm also bei diesem Plüschi Fredbear und dann gehen wir nicht zum Plüschi sondern ähm gehen nicht zum Plüschi sondern gehen weiter zur Tür ok wir sehen uns gleich Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Den werde ich jetzt nicht hingehen, sondern wir gehen hier weiter. Es ist verschlossen. Ach, toll. Alles umsonst. Ja gut, das war jetzt nicht erwartet. Also, dann schauen wir uns, glaube ich, nochmal kurz Fred an, oder? Ähm, hallo? Ne, passiert nichts mehr. Oder? Passiert noch was? Ne. Passiert nichts mehr. Gut. Dann hole ich euch wieder, wenn ich, ähm, wenn ich wieder beim Hauptmenü bin. Okay? Und das ist extrem laut. Und das ist extrem laut. Und das ist, wenn ich, ähm, 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 so Leute, da sind wir auch wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, dass ist jetzt nicht so viel passiert, aber lasst ein Like und ein Abo da, sonst werde ich sauber. Also, ne, im Ernst. Ich glaube, wir haben uns alles angeschaut. Hier. Jetzt, jeden Einzelnen brauchen wir jetzt nicht zu machen. Ähm, den Rest haben wir ja alles gesehen. Achievements. Find Fred mit Plyshin, press the nose. Es gibt noch, ähm, ähm, äh, es gibt hier noch Achievements, anscheinend. Schreibt in den Kommentaren, ob ich alle Plysh, ähm, ähm, ob ich die Achievements alle machen soll. Also, in dem Live oder so. Schreibt es. Oder so. Weiß nicht. Aber, wartet. Ich möchte noch eins machen. So. Ne. Burn Trap. Und dann noch alles, alle Licht aus. Also, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und, ähm, schaut gerne bei Try nach. Ja, macht auch richtig geile Videos. Und, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.